Einen wunderschönen guten Tag, Ladies and Gentlemen. Wir spielen heute Soul Traveller. Einsam und allein befinden wir uns auf einem Alien-Raumschiff. Und hier sieht's auch aus wie in einem Alien-Raumschiff wegen dieser grandiosen Beleuchtung. Und ja, wir werden jetzt in jedem weiteren Video immer über die Beleuchtung reden. Das wird ab sofort ein Riesenthema. Wir sind allein in diesem Raumschiff und müssen es irgendwie schaffen, zur Erde zurückzufinden. Ich hoffe mal, dass die Erde auch genau das ist, was sich da unten befindet. Aber natürlich muss man auch erstmal rausfinden, hey, wie fliege ich dieses Teil hier denn eigentlich? Denn es ist schließlich ein Alien-Raumschiff. Hier komme ich schon mal gar nicht rein, außer ich öffne halt die Tür. Das habe ich schon mal perfekt hinbekommen. Ich bin Profi im Türöffnen. Also mit E kann ich hier so ein bisschen drücken. Und hier sind verschiedenste Hebel. Ich habe zumindest hier, ich bekomme hier schon mal eine gute Drehung hin. Da steht Zorb und hier Zamm, Zamm, Zipp, Zorb und Wamm. Also Zorb dreht schon mal das Raumschiff in die richtige Richtung. Das ist die Erde. Ich erkenne die Formen der Landmasse wieder. Ich will aber, ich will noch kurz ein bisschen weiter erkunden, bevor ich hier anfange rumzusteuern. Ich will ja nicht, dass das Spiel innerhalb von fünf Sekunden zu Ende ist, weil ich einfach perfekt dafür geschaffen bin, der Kapitän eines Raumschiffes zu werden. Hier gibt es nämlich noch ganz, ganz viele andere Hebel. Es gibt noch einen Flamm und einen Swisswusel. Oh, ich gebe schon Gas. Das sind auch schöne Hochbetten hier. Das würde ich mir fast in die Wohnung stellen. Und ist das hier die Luftschleuse? Kann ich da raus? Kann ich. Aber dann falle ich. Ins Nichts. Und die Erde ist verschwunden. Ich habe die Erde verschwunden. Jetzt ist sie wieder da. Wenn ich runter schaue, ist sie da. Wenn ich sie direkt anschaue, ist sie nicht mehr da. In diesem Spiel ist alles möglich. Vor allem durch den Weltraum zu fallen. Da, hier, das ist wohl mein Reaktorkern. Da findet eine durchgehende Fusion auf verschiedensten Quantenebenen im radioaktiven Spektrum statt. Das ist der Aufenthaltsraum. Aus dem immer wieder so kleine Dinger hier rauskommen. Ist das hier vielleicht eigentlich was zu essen? Es ist Avorap und Florgel. Mh. Leckeres Florgel. Oh, ich kann es trinken. Ich kann auch essen. Und wirkt fast so ein bisschen so, als wären die ursprünglichen Aliens größer als ich gewesen. Vielleicht bin ich aber eigentlich ein Alien. Aber der Tisch wirkt ein bisschen hoch. Aber jetzt will ich dann doch mal schnell die Hauptmission erledigen. Und zwar die Erde anzusteuern. Mit einem fröhlichen Anfangssorb. Und Sam und Wamm wird dann wohl leicht nach vorne und leicht nach hinten sein. Oder vielleicht auch die Neigung der Nase einstellen. Weil das eigentliche Tempo, das nehmen wir ja da an komplett anderer Stelle auf. Ja, guck mal, Sam dreht. Genau, geht weder nach vorne noch nach sonst wo. Aber dadurch kann man das gesamte Schiff drehen. Oder ein bisschen Schach spielen. Das wird doch auch eine ganz nette Angelegenheit. Nochmal ein Hebel deaktiviert. Das sieht eigentlich so aus, als geht es in die richtige Richtung. Ja, es geht eindeutig nach vorne. Und jetzt möchte ich aber nochmal gucken, ob der andere Hebel dann auch wirklich rückwärts ist. Das heißt, Swizz Swizzle geht nach vorne und Flang geht nach hinten. Ist es so? Oder ist es so? Ja, es ist so. Es ist so. Ich habe die Steuerung jetzt komplett verstanden. Ich finde, diese Steuerung sollte eigentlich auch vorne im Cockpit sich befinden. Dann jetzt mit vollstem Tempo bitte nach vorne. Ich haue mir währenddessen noch kurz ein paar von den nicen Pilzen hier mal gleich rein. Ist aber ganz schön laut auch hier. Aber die Reise zur Erde findet statt. Wobei, muss ich hier gerade nachjustieren. Die verschwindet irgendwie schon wieder. Also ich kann halt schlecht irgendeine Erde anvisieren, wenn ich sie gar nicht mehr sehe. Die Erde ist wieder weg. Ich gehe nochmal draußen nachgucken. Hallo? Erde. 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 Ich bleibe jetzt auf alle Fälle die ganze Zeit in der Steuerung hier drin. Und werde es so hoffentlich endlich zur Erde schaffen. Mit viel Zipp und Zopp und Wamm. Vielleicht darf man bei dem Spiel auch einfach nicht zu viel machen. Weil es dann zu verwirrt wird. Jetzt behalte ich die Erde mal die ganze Zeit im Blick. So wie ich das auch in echt tun würde. Wir müssen immer noch von dem Fall ausgehen, dass ihr mich irgendwann zum Käpten des letzten verbleibenden Raumschiffes auf der Erde wählen müsst. Und dann müsst ihr natürlich wissen, dass ich in jeglicher Situation die Erde oder dann den Planeten, zu dem wir hin müssen, im Blick behalten werde. Egal wie weit der weg ist. Man darf hier echt nicht wegschauen. Sonst verschwindet die Erde. Die ist schüchtern. Ich hab ein Auge auf dich geworfen, du wunderschöner blauer Planet. Ein bisschen zippen. Und dann wieder ein bisschen soppen. Das war wirklich eine richtige Prankster-Runde, die davor. Und die davor eigentlich auch. Da wurden wir richtig von der Erde weggeprankt. Vielleicht wird die Erde auch nie untergehen, sondern einfach nur weggeprankt. Die Prank-Apokalypse, die wird stattfinden. Ich bin fast in dir, liebe Erde. Ganz schön einfache Reise hier gewesen. Ich richte mich nochmal ein bisschen aus. Aber ich glaube, ich bin sehr richtig... Ja. Lande ich jetzt? Ich lande. In einer sehr komischen Position. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Leute, zwei Möglichkeiten. Entweder sind gerade wirklich Aliens gelandet und deswegen spielt das Spiel nur die Elektronik verrückt. Oder, ja, das Spiel scheint so einfach zu enden, damit der Sound einen auf absoluten Epileptischen macht und gleichzeitig das Logo noch leicht herumflackert. Vielen lieben Dank, dass ihr mit mir auf dieser höchst aufreibenden Reise wart. Schaltet euch auch gerne noch in weitere Videos auf diesem grandiosen YouTube-Kanal hinein und abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Lasst gerne Bewertungen und Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Mann. Mit schönen Zopp und Zipp und Zapp und Zupp. Und Zoom.